Ja, herzlich willkommen liebe Freunde zu einem weiteren Photoshop Tutorial hier auf meinem Kanal Peke Bolton. Wie ihr wahrscheinlich schon im Titel des Videos gesehen habt, geht es heute darum, wie ihr ein farbiges Bild in ein schwarz-weiß Bild umwandelt, was dann zum Beispiel so aussehen könnte oder so oder so. Es klingt jetzt natürlich erstmal relativ banal, ein schwarz-weiß Bild zu erzeugen. Wahrscheinlich kennt ihr auch die eine oder andere Methode. Wie ihr hier seht, ich werde euch mehrere Methoden zeigen. Das sind, wenn ich keine vergessen habe, sechs Stück. Aber wie ihr auch hier schon seht, es ergibt halt unterschiedliche Ergebnisse, je nachdem, was für eine Methode ihr benutzt. Und einige Methoden gehen halt relativ flott. Andere lassen sich dafür mehr individualisieren. Sprich, da kann man entsprechend das schwarz-weiß Bild ein bisschen besser anpassen. Deshalb zeige ich euch jetzt einfach mal die Methoden. Wir fangen mal mit den einfachsten und mit den Methoden an, die ihr wahrscheinlich auch schon kennt. Methode 1 wäre jetzt zum Beispiel einfach über Bild, Korrekturen, Farbton, Sättigung und dann die Sättigung auf minus 100 Stellen. Beziehungsweise das ganze geht auch relativ flott mit STRG-U. Genau, STRG-U bedeutet, ihr entsättigt das Bild. Hat den Vorteil, es geht mit einem Shortcut auf der Tastatur. Hat allerdings den Nachteil, ihr habt einfach nur so einen bestimmten Algorithmus, nachdem sozusagen das schwarz-weiß Bild berechnet wird und könnt hier keine großen Kontraste oder sowas einstellen. Eine zweite Methode, das wäre die zweite Methode, nach der das Ganze relativ schnell geht, ist über Bildmodus Graustufen. Das heißt, ihr stellt einfach den kompletten Modus des Bildes oben auf Graustufen. Das bedeutet aber auch, dass alle Ebenen quasi, die ihr hier zur Verfügung habt, quasi entsättigt werden. Das wären also die zwei Möglichkeiten, die zwar relativ schnell gehen, also wenn ihr mal einfach so auf die schnellen Bild entsättigen wollt, beziehungsweise schwarz-weiß erzeugen wollt, dann geht das relativ gut. Es ist allerdings, wie ich gerade schon erzählt, wie ich gerade schon gesagt habe, so, dass ihr nicht viel einstellen könnt. Da geht es ein bisschen besser mit den nachfolgenden Methoden, und zwar Methode Nummer drei wäre hier über die Einstellungsebenen. Das sind sowieso die restlichen Methoden, laufen alle über die Einstellungsebenen. Und zwar wäre die erste Möglichkeit, beispielsweise hier einfach ganz normal die schwarz-weiß Einstellungsebene. Sie hat erst den Vorteil, weil es eine Einstellungsebene ist, ihr könnt sie jederzeit erändern und ihr könnt überhaupt mal was verändern. Das heißt, es wird erstmal ein schwarz-weiß erzeugt. Und ihr könnt dann halt entsprechend hier entweder eine Vorgabe wählen, zum Beispiel einen Blaufilter oder einen Dunkelfilter oder einen Grünfilter oder meinetwegen auch das maximale Schwarz. Und ihr seht schon, ihr bekommt immer ein anderes schwarz-weiß. Und ihr habt aber auch die Möglichkeit, das Ganze benutzerdefiniert einzustellen. Das heißt, ihr könnt einen bestimmten Ton vom Kontrast her verändern. Und ihr habt hier auch die Möglichkeit, diesen Button zu klicken. Der ermöglicht euch dann ins Bild zu klicken, irgendwo auf eine bestimmte Farbe, auf einen bestimmten Farbton. Und dann mit gedrückter Maustaste diesen Farbton direkt zu verändern. Ja, so dass ihr also nicht großartig überlegen müsst, welcher Farbton, wenn ich jetzt den bestimmten Farbton hier verändern will, welcher Farbton könnte das denn hier von den Reglern sein. Sondern ihr klickt ins Bild und könnt dann direkt den Farbton anpassen. Das wäre also die dritte Möglichkeit über diesen Schwarz-Weiß, über die Schwarz-Weiß-Einstellungsebene. Ist meiner Meinung nach auch eine der besten Möglichkeiten. Also bringt relativ gute Ergebnisse. Man kann relativ viel einstellen. Ist eine relativ gute Methode, ein Schwarz-Weiß-Bild zu erzeugen. Ich lösche die Ebene nochmal. Eine weitere Methode läuft ebenfalls über die Einstellungsebene. Und zwar ist das in diesem Fall die Farbton-Sättigung-Einstellungsebene. Also quasi das, was ich gerade schon gezeigt habe. Auch hier stellt ihr die Sättigung wieder auf minus 100. Aber ihr habt jetzt halt die Möglichkeit, in dieser Einstellungsebene die einzelnen Farbtöne entsprechend der Helligkeit anzupassen. Das ist also ungefähr das, wie ihr es gerade mit der Schwarz-Weiß-Einstellungsebene gemacht habt. Nur meiner Meinung nach nicht ganz so gut. Es gibt vielleicht Bilder, bei denen funktioniert das ein bisschen besser. Es ist auch eine Methode, ein Schwarz-Weiß-Bild zu erstellen. Deshalb wollte ich die nochmal mit reinbringen. Ist auch ähnlich, wie die, die ich euch eben gerade gezeigt habe. Also Methode Nummer 3 mit der Schwarz-Weiß-Einstellungsebene. Aber meiner Meinung nach funktioniert die nicht ganz so gut. Beziehungsweise, wenn ich die Wahl hätte, würde ich hier wirklich eher auf die Schwarz-Weiß-Einstellungsebene zurückgreifen. Aber das sei der Vollständigkeit halber nochmal erwähnt. So geht es also auch. Kommen wir zu Methode Nummer 5. Das ist ebenfalls eine Einstellungsebene und zwar der Kanalmixer. Das heißt hier einfach über Kanalmixer. Dazu wählt ihr dann hier den Haken, macht ihr den Haken bei Monochrom und könnt dann hier entsprechend wieder die entsprechenden Farbtöne auswählen. Wichtig ist, dass alle drei Farbtöne zusammen 100% ergeben, weil sonst sieht das Ganze hinterher nicht wirklich gut aus. Aber auch hier habt ihr die Möglichkeit, Vorgaben auszuwählen. Zum Beispiel ein Schwarz-Weiß mit Blaufilter, Schwarz-Weiß mit Grünfilter und so weiter. Schwarz-Weiß mit Rotfilter. Oder alle möglichen Schwarz-Weiß-Töne, sage ich jetzt mal. Aber auch hier, wie gesagt, habt ihr die Möglichkeit, einfach selber ein bisschen rumzuexperimentieren. Wie gesagt, nur ein bisschen komplizierter, weil man hier halt wirklich darauf achten muss, dass man hier bei 100% bleibt. Aber insgesamt bringt auch diese Möglichkeit, dieser Kanalmixer, meiner Meinung nach auch sehr gute Schwarz-Weiß-Bilder. Eine letzte Möglichkeit ist noch die Möglichkeit der Verlaufsumsetzung. Dazu ist wichtig, dass ihr zunächst Schwarz als Vordergrundfarbe und Weiß als Hintergrundfarbe ausgewählt habt. Das könnt ihr auch machen, indem ihr einfach D auf eurer Tastatur drückt. Ihr seht das, wenn ich jetzt also hier zwei unterschiedliche Farben habe und ihr drückt D, dann habt ihr immer Schwarz und Weiß als Vorder- und Hintergrundfarbe. Und dann geht ihr wieder auf die Einstellungsebenen und wählt hier einfach Verlaufsumsetzung aus und habt dann automatisch einen Schwarz-Weiß-Verlauf. Das heißt, euer Photoshop erzeugt quasi, legt quasi eurem Bild einen Verlauf drüber sozusagen. Und wenn man diese Verlaufsumsetzung jetzt halt eben noch so ein bisschen beeinflussen will, kann man auf den Verlauf klicken und hier entsprechende kleine Farbwähler, genau so heißen die Farbwähler hinzufügen, und eine entsprechende Farbe wählen. Und auch so ist natürlich ein bisschen tricky, weil ihr hier mit diesem Verlauf, das ist nicht so ganz einfach, das nachzuvollziehen, wie man einen gewissen Schwarz-Weiß-Ton sozusagen oder einen Schwarz-Weiß-Effekt erzeugt, was man dann hier wie machen muss, sprich welchen Reglern bzw. welche Farbe man auswählen muss. Ups, das ist immer ein bisschen zu hell. Grundsätzlich finde ich aber, lässt sich der Schwarz-Weiß-Verlauf so wie er ist eigentlich auch schon relativ gut sehen. Ja, das waren im Grunde die sechs Möglichkeiten. Auch nochmal zum Vergleich, wenn ihr euch das anschaut, das wäre jetzt einfach nur entsättigt bzw. so wäre es einfach nur entsättigt. Und so wäre jetzt zum Beispiel die Verlaufsumsetzung, das ist meiner Meinung nach ein ziemlich großer Unterschied. Ja, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen. Wenn ihr nächstes Mal also ein Schwarz-Weiß-Bild erzeugen wollt, vielleicht überlegt ihr dann ja doch nochmal, ob ihr wirklich einfach nur STRG-U drückt oder ob ihr nicht wirklich einen Kanalmixer, eine Kanalmixer-Einstellungsebene erstellt. Ja, wie gesagt, meiner Meinung nach gibt es da wirklich viele gute Möglichkeiten, ein Schwarz-Weiß-Bild zu erzeugen und ich hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen weiterhelfen. Ansonsten schaut nochmal auf meinem Kanal vorbei für weitere Photoshop-Tutorials oder auch Reviews und Tests oder auch auf meiner Homepage pekobolton.de. Dort findet ihr auch nochmal eine PSD-Datei mit allen Schwarz-Weiß-Bildern, mit allen Schwarz-Weiß-Methoden sozusagen. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zusehen und wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben, wenn nicht, dann gebt einen Daumen nach unten und ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Tutorial oder Testbericht wieder. Bis dahin, macht's gut, ciao. Bis dahin, macht's gut, ciao.